Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen das Ergebnis der Auszählung der Abstimmung zum vorigen Tagesordnungspunkt Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts mitteilen. Abgegebene Stimmen 623. Mit Ja haben gestimmt 393. Mit Nein haben gestimmt 226. Vier Kolleginnen und Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.